Assalamu alaikum, mein Bruder im Glauben. Alaikum salam, mein Bruder. Ich bin gerade am Fasten und ich wollte einfach mal fragen, kannst du mich zu öfter jetzt einfach mal was schenken? Nein, aber gut, dass du es ansprichst, Bruder. Bei uns, Dönerladen, gibt es zu jeder Bestellung gratis Wasser, Datteln, Suppe und Nachtisch, Baklava. Äh, okay, aber wo sind denn Suppe und Baklava? Bruder, die sind noch nicht hier, weil sie jeden Abend frisch auf dem Tisch stehen sollen. Dönerladen wünsche ich euch allen einen gesegneten Monat. Ramadan Kareem.